Es gibt noch zwei weitere Aufgaben, falls ihr die ganzen Aufgaben von vorhin verpasst habt, einfach mal gerne oben rechts auf das i klicken, dort habe ich eine komplette Playlist für euch oben eingefügt, draufklicken, dann kommt ihr direkt zu den ganzen Videos. Die jetzige Aufgabe nennt sich hier Pflanze als Groot, einen Saat oder eine Saat auf einer herzförmigen Insel. Okay, wo sich das Ganze befindet, werde ich euch gleich zeigen, lasst davor gerne ein Like da und auch ein Abo da, danke für euren Support und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Auch bei dieser Aufgabe ist es ganz wichtig, dass ihr den Grootskin ausgerüstet habt, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Die Herzinsel befindet sich ganz genau hier in der Nähe von, keine Ahnung, ich markiere euch den Ort so oder so auf der Karte und eigentlich müssten wir dort etwas pflanzen können, genau. Wow, okay, sieht sehr, sehr interessant aus. Saat pflanzen und mal schauen, was passiert. Oh, okay. Wow, und das war es, oder wie? Nice, wir haben einfach hier einen kleinen Baum eingepflanzt. Das Ganze befindet sich ganz genau hier in der Nähe von 20 Cents, ja, bei der Herzinsel. Bei der letzten Aufgabe müssen wir wieder ein Emote ausführen und zwar ganz genau bei dem Stahlmann oder bei dem Heumann. Eins von beiden, okay, Heu und Stahlmann ist eigentlich egal. Die beiden sitzen hier und einmal kurz landen, Kiste vielleicht öffnen kurz und dann das Emote ausführen. Cool, sehr, sehr nice. Dann habt ihr hier auch schon die ganzen Aufgaben von dem Groot erledigt. Wie gesagt, klickt oben rechts auf das i für weitere Videos und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video.